Die Typen, mit denen ich zu tun habe, sind jung, unerfahren und kommen von außerhalb. Sie haben keine Ahnung, was bei uns abläuft. Ich will ein normales Leben führen. Ich kann so nicht weitermachen. Klugscheißer! Ich gehe mit dir. Uh, dann weiter, süße. Uh! Ich will dich hier nie wiedersehen. Was ist? Da wartet ein Freier. Ich habe keine Lust. Man hat mir gesagt, in New York sei es billiger. Wie viel? Tu mir einen Gefallen, zieh dein Hemd hoch. In Ordnung, umdrehen. Zeig mir die Kohle. In einer Stunde haben sie das Geld oder sie jagen mir eine Kugel in den Schädel. Steckt das Zeug weg? Hast du einen Knall? Ich habe den Stoff verloren. Ich habe ihn in eine Mülltonne geworfen. Als sie zurückkamen, war der Stoff weg. Du stehst jetzt ganz allein da. Es sind deine 30 Riesen. Meinetwegen raubt eine Bank aus. Oder knackt sie in Autos. Auf dem Sitz liegt eine braune Tüte. Darin befindet sich ein 38er Revolver. Ja. Jag dem Mann die Ladung in den Kopf. Die Ladung in den Kopf